Wie bestellt und auch geliefert, so sieht es aktuell bei den Indizes aus, zumindest mal beim DAX, wenn wir uns das mal anschauen. Wir hatten ja hier so ein bisschen diese Unterstützungsszenarien. Wir haben gesagt, naja, nach dem Anstieg hier vorne, also nach einer relativ starken Anstiegsbewegung hier, wäre ein Rücksetzer eigentlich fällig. Der ist ja gerne A, B, C oder eben wackelig. Das wissen wir natürlich vorher nicht. Beides wären Korrektivmuster, aber wir sehen schon, es sieht eher nach so einer Dreiwelligkeit jetzt aktuell aus, wenn man sich das anguckt hier im 4-Stunden-Chart, sieht das sogar relativ deutlich so aus. Also hat man zumindest mal den Eindruck, ja, das könnte durchaus so sein. Jetzt haben wir aber einen interessanten Bereich gesehen. Ihr seht, hier haben wir ganz viele horizontale Linien und keine von denen kann den Markt umdrehen. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ah cool, da hat er eine Linie reingedreht, da glaubt er jetzt tatsächlich, oh Gott, was ist das denn, da dreht der Markt. Das tut er natürlich nicht notwendigerweise, weil da Linien sind. Ganz häufig fällt da auch durch, aber im Umfeld dieser Marken gehen einige Marktteilnehmer davon aus, vielleicht mache ich mal keine neue Position in die Richtung, vielleicht nehme ich auch mal Gewinne mit. Das sind immer nur Einzeltäter. Aber je mehr unterschiedliche Marken wir haben, das sind manchmal Symmetrie-Marken, zum Beispiel die gelben jetzt hier. Das können blaue Marken, das sind so Extension-Marken. Das sind die roten Retracement-Marken. Ich weiß, dass viele eben auf die Fibos schauen, die Fibonaccis. Irgendjemand hatte mal mich hier angesprochen und sagte, ja, die funktionieren ja nur wegen Self-fulfilling-Prophecy. Als Händler ist mir das ja völlig schnuppe. Warum? Aber solange Leute da drauf gucken oder aber intuitiv, das ist mir völlig egal. Die Motivation ist mir als Händler wurscht. Für mich ist nur wichtig, dass sie etwas tun. So, und an dieser Stelle ist eins relativ realistisch, dass viele Leute gucken. Vom Gucken alleine dreht sich noch nicht der Kurs, aber vom Zögern kann der Kurs sich eventuell drehen, weil dann nämlich die, die jetzt auf der Short-Seite orientiert waren, sagen, hm, soll ich da nochmal eine neue Position? Ich warte mal ab. Ich mache jetzt erstmal nichts, ich gucke mal, wie das Ganze geschieht. Wir sind da angekommen. Das ist typischerweise übrigens auch der Bereich, wo Drehrichtungen jetzt mehr und mehr wahrscheinlicher werden. Vorsichtig! Können wir gänzlich ausschließen, dass der Markt das macht? Nein, können wir nicht. Wir können aber ziemlich sicher sagen, dass im Umfeld dieser Clustermarken, vielleicht später auch diese Marke, viele Marktteilnehmer gucken, ja, aber was bringt mir das, wenn ich nicht weiß, ob er dreht oder nicht? Das sehe ich nicht in diesem Chart. Das kann ich jetzt auf der kleineren Zeitebene vielleicht schon früher ahnen. Zum Beispiel, wenn wir hier mal einen dynamischen Anstieg kriegen und was Wackeliges runter, also irgendwas in dieser Form, was Wackeliges runter, dann haben wir zumindest die Chance, dass sich das nochmal fortsetzt, wenn das Ganze hier passiert, also auch im Zuge eines großen Unterstützungslevels, dann werden einige Marktteilnehmer sagen, naja, gut, wir haben alles gesehen, was wir brauchen, lass uns mal überlegen, ob wir dann nicht vielleicht doch wieder auf die Longseite gehen oder die Shorts wieder schließen und so weiter. Also ihr seht schon, worauf das Ganze hinausläuft. Es kommt darauf an, wie die Marktteilnehmer reagieren und dass sie es möglichst konzertiert tun. Also möglichst alle gleichzeitig. Das ist am schönsten, denn das bewegt den Markt ernsthaft. Wir haben also noch keinen Beweis, dass der Kurs dreht. Dafür ist es hier zu früh. Aber einen ernsthaften Hinweis. Natürlich könnt ihr auch irgendwelche Indikatorenmodelle jetzt bemühen und sagen, Mensch, sind wir hier überverkauft, also wenn man mal so halbwegs guckt, hier war der unten, da war der unten, da war mal eine Pause, dann hatten wir hier wieder ein Tief, da, jetzt war da oben, okay. Jetzt sind wir hier unten, da. Ja, das ist zusätzlich eine andere Sichtbarmachung. Wir können auch andere Indikatoren nehmen. Ich habe jetzt hier meinen eigenen Born-Oscillator. Nehmen Stochastik, ne, was weiß ich was, das spielt gar keine Rolle. Die untermalen den grundsätzlich gleichen Gedanken. Das ist also jetzt nicht, ah, guck mal, jetzt haben wir hier zwei Linien, die beweisen das Ganze, nein, aber die geben, sagen wir mal, den Gedanken wieder, dass jetzt Zeit wäre, über einen Dreh nachzudenken. Und wir als Händler müssen nicht so viel denken, wir können die anderen ja denken lassen. Wir müssen nur gucken, machen sie das oder machen sie es nicht. Wer natürlich aggressiv ist, kann natürlich auf gut Glück versuchen, an diesen Marken jetzt eine Long-Position aufzubauen und sagen, dreht bestimmt, bin ich mir ganz sicher. Wenn dem tatsächlich so wäre, hat man ja auch ganz gute CRVs, Chance-Risiko-Verhältnisse. Also das, was wir hier haben vorne, das da hinten nochmal, wenn ich jetzt hier einsteige, klar, wenn ich daneben liege, riskiere ich halt meine 10 oder 100 Dollar oder Euro in dem Fall jetzt vielleicht. Aber wenn der dann nach oben geht, gewinne ich ja entsprechend. Sowas kann man machen, ist aber, sagen wir mal, eine ganz schön aggressive Stufe. Das kann man nur dann machen, wenn man auch ein bisschen dickes Fell hat, denn manchmal rauscht der Kurs da durch und dann sollte man auch die Konsequenz ziehen und dann schließe ich die Position wieder und versuche es erneut an der nächsten Unterstützungsmarke. Ich blende sie nochmal kurz ein, dass ihr sie sehen könnt. Also aktuell sind wir gerade dran, ungefähr bei 14.000 und ein bisschen. Die nächste liegt dann ungefähr bei 13.700. Das sind so typische Unterstützungsmarken. Nur wenn er da jetzt überall durchrauscht und das noch mit Schmack ist, also das dann im Nachgang, machen wir den mal weg hier, machen wir mal die Alternative, wenn er jetzt dann irgendwie mehr so aussieht, aber dann seht ihr schon, da ist die Dynamik nach unten, dann gibt es ja auch gar keinen Trigger, keinen Anlass für die Longseite. Im Gegenteil, wenn es dann so käme, würde man sagen, komm, dann gehen wir nochmal short. Im Moment gibt es dafür keine Anzeichen, aber genaues werden wir jetzt an dieser Stelle in den nächsten Stunden sehen und nachvollziehen können. Der Dow Jones ist ziemlich ähnlich. Auch der hat so eine Unterstützungszone gesehen. Ebenfalls, hier kann man noch ein altes Zwischentief, ein altes Zwischenhoch. Das sind alles keine Drehmarken im Sinne von, ich sage euch was, das passiert jetzt ganz sicher. Das sind aber klassische Marken, wo viele Marktteilnehmer mal nachdenken, mal in sich gehen und sagen, mal gucken, ihr seht hier einige Symmetrie-Marken noch, Retracement-Marken, je mehr dieser Levels, desto deutlicher ist das Cluster. Wir haben hier, das sind jetzt zwar grüne Marken, die aus der Symmetrie kommen, aber wir sehen, dass wir hier über Wochen lang immerhin diese Unterstützungszone, das scheint schon irgendwie zu halten, hier oben der Deckel, das scheint schon irgendwie zu halten, also zumindest mal verlockend zu sein. Hier haben wir kein zweites Cluster so schön, also hier oben clustert es im Moment zumindest mal ganz gut, hier unten ist es dann eher Einzelmarken, vielleicht auch eine Aussage, wie ernst man dann den oberen Teil vielleicht nimmt und nicht den unteren. Das Ganze können wir jetzt durchspielen bei den verschiedenen Indizes, wenn ihr wollt, malt doch mal selber ein bisschen, vielleicht habt ihr schon eine Idee, wie man das machen kann, dann habt ihr so einen ganz groben Eindruck, wo und wie das Ganze hier vonstatten geht und beim Nasdaq haben wir sogar noch die grünen Marken dazu, die grünen, die beziehen sich auf Symmetrien hier, so Gesamtbewegungen, Teile dieser Bewegung, wenn das ähnliches Ausmaß hat, es ist da schon einiges da, wo wir jetzt angekommen sind. Ich habe hier noch eine alte Zeichnung drin, da habe ich gesagt, nenn es mal wackelig hochkommen, kann man nochmal in die Short-Seite gehen, es ist wackelig hochgekommen, aber zugegeben, dazu muss man schon ein bisschen dichter ranzoomen im 5-Minuten-Chart, also dieses Grundprinzip, immer dann, wenn ihr seht, guckt mal, es ist wackelig in die Gegenrichtung, egal ob in dieser Größe, in dieser, so lange ist das alles noch kein Kauf und wenn ich jetzt beim Nasdaq, gucken wir mal ganz kurz das ganz hintere Ende an, für die Intraday-Händler im 5-Minuten-Chart, das, was wir jetzt hier haben, ist noch kein echtes Aufwärts, eine Aufwärtsliebelei, ein bisschen, zumindest beim Nasdaq, haben wir durchaus eine Chance, dass es nach unten geht, also vielleicht sogar nochmal 100 Punkte vom aktuellen Stand aus hier beim Future, oder vielleicht ein bisschen weniger, aber würde mich nicht wundern, und das, was die Marktteilnehmer im Moment fabrizieren, läuft hier auch in die gleiche Richtung. Also, Chancen für einen baldigen Dreh sind mehrfach geboten, sehr realistisch, im Moment, in diesem Moment zumindest mal beim Nasdaq noch nicht zu erkennen, gucken wir mal ganz kurz, 5 Minuten beim S&P, ebenfalls noch nicht zu erkennen, noch sieht das wackelig hier nach oben aus, also ähnlich wie hier A, B, C oder mehrfach wackelnd, ist kein so tolles Zeichen, also noch kein richtiger Anstieg, ein bisschen mehr geht wohl noch beim Dow Jones, ebenfalls noch nicht so der Burner, wir sehen also, die Amerikaner sind noch nicht auf Kaufen gebürstet, aber wir sehen, die Chancen steigen, dass das in Bälde entschieden wird. Wenn es aber weiterhin immer nur wackelig hoch geht, nicht kaufen, erst dann kaufen, das ist meine Idee, könnt ihr machen, wie ihr wollt, aber meine Idee ist, erst wenn er mal einen starken Anstieg macht, zweitens wackelig nach unten kommt, drittens, das Ganze triggert, erst dann reingehen. Hier hätte man vielleicht schon sagen können, wieso ist das, A, B, C, ja gut, aber er hat nicht getriggert, also gar kein Grund hier auf der Long-Seite mit dabei zu sein. Das ist nur eine Variante, man kann da verschiedene Varianten machen, einige gucken gerne auf die Indikatoren, könnt ihr super gerne auch machen, spielt da ein bisschen rum, was für euch passend ist. Ich bin eher der Purist, wie ich es euch ja hier immer zeige, aber habt ihr schon irgendein anderes Hilfsmittel oder Instrument liebgewonnen, könnt ihr das natürlich ebenfalls zu Rate ziehen, sei es Candlestick-Pattern, sei es irgendwelche Indikatoren oder was euch da so eben vorschwebt. In diesem Sinne, euch erstmal alles Gute mit diesem kleinen Update zum aktuellen Marktgeschehen, euch liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag.